Untertitelung des ZDF, 2020 So ist das weg, weil... Ey, guck, da stehen wir an. Ey, Penner, machst du was fürs Taschengeld? Siehst du scheiße aus. Oh Leute, lass den doch, ganz ehrlich. Ey, hier Penner, für deinen neuen Ferrari. Ey, das war so unnötig, ey. Das ist doch wüsig, ey. Guck dir die mal an. Boah, ey, Leute, lass den doch einfach. Ganz ehrlich. Boah, ey, der guckt die ganze Zeit hier rüber. Lass mal gehen, das ist voll der Creepy. Ja, das sehe ich schon. Hast du Bock auf Essen? Ja. Ja, wo sollen wir dann hingehen? Halt ich dann weg. Ja, klingt ganz gut. Nee, Leute, so nicht. Das ist doch, ey. Das ist doch, ey. Et das ist doch, ey. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.